Hallo, wer bist du, was machst du? Christoph Joost, Gründer und nicht mehr ganz Geschäftsführer bei Absolventa. Okay, nicht mehr ganz, weil da kommt noch eins weiter. Wer bist du und was machst du? Ich bin der Matthias Ernst. Ich bin jetzt seit Januar offiziell Geschäftsführer von Absolventa. Hervorragend, was Matthias genau macht und wo der herkommt, hören wir gleich. Noch mal ganz kurz zu dir. Wenn ein Geschäftsführer scheidet, ist ja irgendwie immer so ein kleiner Erbruch, will ich gar nicht sagen. Was ist schon was Besonderes? Wie ist es dazu gekommen? Also das letzte Event, wo ja schon mal zwei Geschäftsführer rausgegangen sind, war Ende 2009, Anfang 2010. Da sind meine beiden Mitgründer Henning und Pascal rausgegangen. Damals in, ich würde mal sagen, relativ turbulenten Lage. Ich habe mich dann noch mal committed auf weitere drei Jahre und damals war schon ein bisschen die Idee gewesen, weil ich dann komplett fünf Jahre drin bin. Die Firma wirklich sehr gut dasteht. Dann kann es auch für mich mal so weit sein, neue Herausforderungen zu suchen. Wenn du sagst, Ende 2009 war so ein bisschen irgendwie das Wasser am Kochen. Jetzt steht die ganz gut da, den neugierigen Stücken da draußen. Erzähl doch mal so ein bisschen, was war da eigentlich los? Wie seid ihr davon weggekommen? Also welchen Weg habt ihr seitdem beschritten? Dass wir Ende 2009, Anfang 2010 nicht gut dastanden war. Ich glaube zum großen Teil der Konjunktur geschuldet. Will aber auch nicht verhehlen, dass wir beim Geschäftsmodell eine Zeit lang gebraucht haben, bis wir uns wirklich schlussendlich gefunden haben. Wir haben im Verlauf der nächsten Jahre gemerkt, dass es eigentlich relativ schwer möglich sein wird, die Stellenanzeige an sich abzuschaffen. Wir sind jetzt so weit, dass wir unser Geschäftsmodell auf, ich will sagen relativ klassischen, aber doch sehr gut gemachten Säulen haben. Das heißt, wir haben immer noch eine klassische Lebenslauf-Datenbank, machen aber einen großen Teil des Geschäfts über Employer Branding und eben auch Stellenanzeigen. Hervorragend. So, frisches Blut. McKinsey, Berater. Das ist ja immer so ein Ding, ne? Wie meinst du das? Also ich habe mal gehört, wenn man länger als drei Jahre in der Beratung war, ist man automatisch ein schlechter Unternehmer. Okay. Weil man kann beraten und nicht selber machen. Das ist natürlich eine spannende Annahme. Ich glaube, auf genau dieser Annahme beruht der mein Wechsel, weil ich zumindest zu einem großen Teil hierher gekommen bin, weil ich einfach mehr Lust hatte selber zu machen und nicht mehr nur noch zu beraten. Wie kommt es dazu, dass man von der Beratung ins Startup wechselt und warum ausgerechnet dieses hier? Ich weiß gar nicht, ob das so kommt. Ich wollte immer schon früher oder später mal meine eigene Firma haben, seitdem ich sehr jung war. Ich habe da ein bisschen darauf hin studiert. Ich glaube, ich bin eher in einem Zwischenschritt in die Beratung gegangen oder auch da gelandet, weil ich glaube, dass man in der Beratung einfach eine extrem steile Lernkurve auch hat, irgendwie als junger Mensch relativ auf hohem Niveau mitdiskutieren darf und mit sehr viel hochkalibrigen Leuten auch zu tun hat, wovon man halt selber viel mitnimmt. Und für mich war ganz klar, ich bin nicht der Typ, der ewig im Hintergrund analysiert und Empfehlungen vorbereitet, sondern irgendwann will ich halt auch Entscheidungen treffen und mit den Konsequenzen halt dann auch umgehen müssen und können und dürfen. So, jetzt hören wir noch mal rechts. Wir haben gelernt, 60 Mitarbeiter, Geschäftsmodell einigermaßen gefunden. Was für einen Laden übergibtst du ihm eigentlich? Also wie ist so die weitere Vision? Ich sage mal, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, ihr seid ja profitabel, habt trotzdem noch mal Kapital aufgenommen. Da schließe ich mal so ein bisschen daraus, es ist Wachstum und nicht irgendwie, weil das Modell nicht trägt. Wo geht es für euch noch hin? Ist es international ein Thema oder ist es eher Geschäftsmodellausbau? Also wir gehen voll auf Wachstum. Wenn man den Jobmarkt ein bisschen kennt, weiß man auch, der hängt relativ stark am Konjunkturzyklus und sobald die Konjunktur ein bisschen wieder runter geht, da ist man trotz dem stabilen Geschäftsmodell sehr gut beraten, weil man einfach vernünftige Kapitalpuffer hat. Nicht nur aus den angehäuften Gewinnen, sondern eben auch vielleicht nochmal durch externe Kapitalmaßnahmen, um eben auch nicht nur organisch zu wachsen, sondern auch nochmal andere Player übernehmen zu können. Wir haben es schon einmal gemacht, in 2011. Das war sehr, sehr erfolgreich gewesen und können uns auch vorstellen, das zukünftig zu machen. Das war der Grund, warum wir uns nochmal kapitaltechnisch verstärkt haben. Das ist doch konkret. Bevor wir Ihnen sozusagen den Blick in die Zukunft wagen lassen, magst du nochmal den Blick in die Vergangenheit richten? Gibt es so drei Sachen, wo du sagst, die hättest du hinterher anders gemacht oder kannst du auch positiver formulieren? Was hast du gelernt? Also ich habe gelernt, dass das Wichtigste ist, dass man sich als Gründer innerhalb der Firma nicht als so eine elitäre Spezies sieht, sondern dass es nur im Verbund mit absolut starken Abteilungsleitern, mit vielen Mitunternehmern in der Firma geht. Das andere war, dass wir anfangs im ersten Jahr vor allem mit unserem Geld, das wir zur Verfügung gehabt haben, relativ dynamisch umgegangen sind, haben dann auf die harte Tour in den nächsten Jahren lernen müssen, dass es auch für Firmen, die Kapital zur Verfügung haben, ganz großen Sinn macht, von Anfang an hart auf die Kosten zu schauen und jedes Investment wirklich sinnvoll zu prüfen. Das dritte ist vielleicht, wann ist der richtige Moment für den Ausstieg gekommen? Und da habe ich jetzt glaube ich Richtung N212 für mich den richtigen Zeitpunkt erwischt, nachdem ich auch gemerkt habe, ich bin glaube ich selber eher so ein bisschen der Gründertyp, der Turnaround-Type und für starke Skalierungsphasen gibt es Leute, die einfach Fähigkeiten haben, die ausgeprägter sind als bei mir, die man dringend braucht dafür. So, jetzt mal nach allen miesen Vorurteilen über Berater zu dir. Du bist also sozusagen ein bisschen der Skalierungsmensch. Wenn du jetzt mal in die Kristallkugel guckst, was für Pläne hast du? Wie wollt ihr mit Absolventa weitermachen? Ja, ich nehme auch einfach mal wieder die klassischen drei Punkte. Ich will das Wachstum bei Absolventa halt unterstützen. Das ist jetzt gut gestartet. Wir sind auch gerade sehr fleißig am Rekrutieren und bauen das Team weiter aus in den verschiedensten Bereichen. Und die zweite Sache, die für mich aber auch Erfolg bedeutet, ist, dass wir mit Absolventa weiter auch trotz Wachstum einer der besten Arbeitgeber in Berlin bleiben. Dass die Leute zufrieden sind, insbesondere, dass hier die Leute morgens zur Arbeit kommen und einfach Bock auf den Job haben. Das ist für mich ein extrem hohes oder wichtiges KPI. Das für mich zeigt, dass die Firma gesund ist. Hervorragend. Das sind hehre Ziele. Dafür wünsche ich dir ganz viel Glück. Auch dir ganz viel Glück und ich danke euch beiden ganz herzlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.